Herzlich Willkommen hier auf meiner Map. Wir machen ein Tutorial. Das ist ja die Vorhalte. Tutorial Splines legen. Wir haben hier die Splines. Ich mache das mal kleiner hier. Weil hier in der User Attributes steht nämlich hier bei Fahrzeugen die Traffic. Das ist die Autos und hier steht wo die XML ist. Wo man auch die Geschwindigkeit ändern kann. Du kannst natürlich die XML hier auch in deiner Map machen. Und musst einfach dir das wegnehmen und dann unter Maps hier reinballern. Hier bei den Menschen ist es genau gleich. Wir machen hier, meine es ist eigentlich alles das gleiche. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das können wir nämlich jetzt hier auch so machen. Also wir klicken auf Create Spline. Dann haben wir uns hier unsere Spline. Das spielt jetzt keine Rolle, ob das jetzt hier vom Auto ist oder vom Menschen oder sonst was. Dann ist hier S ist Start und E ist Ende. Das heißt vom Start fährt es oder läuft es hier zu E. Dann drehen wir das ein bisschen um. Dann können wir das hier anklicken. Dann auch wieder mit S der G und B können wir das hier ziehen. Bei mir ist es die Insert Taste. Bei dir wird es wahrscheinlich die Einfügtaste sein. Wo man dann hier noch ein 9 machen kann. Also erweitern. Dass man dann hier eine Kurve machen kann zum Beispiel. Dann kann man das jetzt einfach mal hier so ziehen. Machen wir nochmal ins Einfügen. Dann hier nochmal ein bisschen. Dann gehen wir wieder zurück. Also wenn du fertig bist. Gehen wir hier zurück. Jetzt müssen wir wieder löschen. Mit Delete kann man das wieder löschen. Den letzten. Wir ziehen jetzt den. Du kannst den natürlich auch so ziehen. Das ist auch kein Problem. Du musst einfach aufpassen. Wenn du jetzt hier zum Beispiel so eine Kohle hast. Geht er natürlich in die Luft. Da musst du aufpassen wegen den Bäumen. Wenn du jetzt hier Bäume hast. Dann solltest du da ein bisschen aufpassen. So. Machen wir noch ein bisschen. Dann müssen wir ziemlich nahe hin zum S. Dann muss ich jetzt mal schnell. Wo ist denn meine Karte hier? Ich habe nämlich hier vom Dings hier. Von der Collector hier. So eine schöne Karte hier. Da steht es nämlich drauf. Hier die Splines. Entfernen Taste. Splines löschen. Einfügen haben wir gehabt. Insert. Also neue Ding legen. Nach links ist Controller wechseln. Rechts ist Blablabla. Controller wechseln. Hoch und runter ist erstes Splines. Kontroll wechseln. Blablabla. Das wichtigste ist eigentlich. S ist Endpunkte zusammenfügen. Und O ist öffnen und schliessen. Und R ist umgeregt. Wir können ja mal R machen. Da siehst du das S und E sich wechseln. Da kannst du hier die Fahrzeuge oder die Menschen einfach mal umdrehen. So was wir jetzt machen müssen ist S drücken. Ziemlich nahe hin. Und dann siehst du es hat sich zusammengefügt. Nicht. Nein. Oben müssen wir jetzt drücken. Aber jetzt hat es sich zusammengefügt. Jetzt ist das ein Wurm. Oder eine. Ja. Ein Kreis. Jetzt können wir die hier einfach hier. Cut. Ich weiß jetzt nicht ob das jetzt hier wieder geht. Früher beim 17er ging das nicht. Das man hier drin machen konnte. Könnte gefixt worden sein. Ich mache es wieder halt so wie ich es halt zuletzt gemacht habe. Jetzt haben wir die hier drin. Reihgemacht bei Menschen. Sonst steht das woanders. Und die Splines kannst du auf der Standart mit rausholen. Da gehst du einfach da rein. Nimmst den ganzen Ordner Splines. Hier Export Selection. Machst du einen Ordner mit deinen ganzen Sachen drin. Oder nur letztes Jahr halt meine leere Map runter. Da sind auch die Splines. Bei Objekten. My Farms drin. Da ist alles drin. Was man machen muss. Ist. Die unsichtbar machen. Das heisst. Wir machen das so. Ausblenden. Ich glaube es geht sogar so. Geht es nicht. Wäre möglich gewesen. Also man kann es einfach rausblenden. Und dann wenn du das Spiel startest. Laufen jetzt hier Menschen rum. Und wenn du jetzt das hier bei Fahrzeuge rein machen würdest. Würden wir jetzt hier im kleinen Kreis Fahrzeuge rumfahren. Äh. Ja. Da ich das jetzt hier nicht brauche. Lösche ich jetzt das. Aber du kannst es ja dann lassen. So. Das ist der ganze Zauber gewesen. Von den Splines. Es gibt keinen großen Zauber. Es gibt nur eine scheiß Arbeit. Weil zum Beispiel. Hier. Die Fahrzeuge. Äh. Das ist natürlich eine verdammte Drecksarbeit. Diese ganzen Splines. Da bist du einfach mal so. Eine Stunde dran. Oder ein bisschen mehr. Bis du mal hier eine Spur gemacht hast. Und dann dauert es noch mal ein bisschen. Bis du die andere Seite gemacht hast. Gab mal früher mal hier bei Scripts. Gab es mal irgendwas. Hier gibt es beim 8. Da gibt es auch noch so ein Zeugs drin. Terrain. Da ist auch was. Set Terrain. In der Höhe von der Spline. Äh. Hatte mir nicht funktioniert. Ich weiß nicht was ich falsch mache. Aber die haben es dann wieder rausgenommen. Giants. Äh. Ansonsten muss man hier bei Scripts gar nichts machen. Ähm. Das kann ich aber jetzt deaktivieren. Man hat hier noch Parkcars. Ne. Das ist auch noch was Kleines. Das sind einfach hier nur so Transform Groups. Und dann gucken die Autos immer dahin. Wo der blaue Pfeil hinguckt. Da ist denn die Vorderseite. Wo die Autos eigentlich hingucken. Das sind die parkenden Autos. Die kannst du dann einfach hier so. Und dann einfach mal hin basteln. Überall wo du willst. Und die wechseln dann automatisch. Ne. So. Das ist eigentlich der ganze Zauber gewesen. Von den Splines. Und dann würde ich dann schon mal sagen. Viel Spaß beim Splines basteln. Ja. Äh. Ja. Ne. Und äh. Wenn es da wieder was gibt. Dann mache ich dann wieder ein Tutorial. Wenn sobald der Fabrik Script rauskommt. Von ähm. LS Mode Company. Die sollten ja einen machen hier. Und das Ding ist ein bisschen zu tief hier. Äh. Ja. Die sollten das eigentlich. Die sind eigentlich dran. Habe ich gehört. Und äh. Wenn das draußen ist. Dann gucken wir uns das an. Wie man das einbaut. Und alles. Und dann ähm. Gibt es dann wieder ein Tutorial. Gut. Ich sag tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns. Ich sag tschüss. Das hier.